Die Nordkirche verabschiedet sich von X. Habt ihr das gelesen? Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. Also viele Gläubige, die verabschieden sich jetzt von X, während ihr Chef hat leiden müssen. Das ist so abstrus, aber wisst ihr, in dem Zusammenhang darf ich nur alle erinnern. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt. Und der damalige Papst Damasus, ich glaube er hieß Damasus, der befahl Hieronymus aus ganz speziellen Evangelien, nämlich nur vier Evangelien, es gibt so um die 30 Evangelien, Schriften und und und, aus diesen vier befahl er, Hieronymus schreibt eine lateinische Bibel. Und da gibt es sogar noch Briefe, wo Hieronymus, dem damaligen Papst Damasus schreibt, So nach dem Motto, ich täte es ja gern, aber die sind so uneinheitlich, diese Schriften, die ich da habe, dass ich eigentlich nicht wirklich viel schreiben kann. Zudem hat er sich beschwert, dass er aufgrund von Vorgaben der damaligen Kirche gewisse Übersetzungen weglassen soll. Und vieles hat er dann auch gar nicht erwähnt, weil er um sein Leben gefürchtet hat, dieser Hieronymus. Das Lustige ist, Jesus sprach, also wenn man dieser Person jetzt Glauben schenken mag, an der Mensch, der damals sehr, sehr bewusst war und der eigentlich spirituelle Aspekte gelehrt hat. Ihr wisst, Spiritualität, das ist die Auseinandersetzung mit dem Inneren, das Finden des Göttlichen in sich selbst. Die Religion, das ist die Beschäftigung im Äußeren, wo man dann eine Vorgabe bekommt. Und nur durch diesen oder jenen Pfad findet man das Göttliche. Das Witzige ist, dass sich diese Pfade sehr stark unterscheiden. Dann sagt man zum Beispiel einem Christen, hey, kein Sex vor der Ehe. Und wenn, dann nur eine Frau heiraten. Und beten sollst du zum Himmel. Hingegen sagt man dem Moslem, hey, vier Frauen, das ist überhaupt kein Problem. Aber beten sollst du bitte zum Boden. Das hat natürlich kein System. Das dient nicht zur Spaltung der Menschen. Aber dieser Hieronymus, der hat sich also beschwert, weil die Schriften alle uneinheitlich waren. Und Jesus, diese fiktive Person, um die man dann Geschichten entwarf, der sprach eigentlich armenisch. Der sprach gar nicht lateinisch oder griechisch. Die Evangelisten sind ja überhaupt super. Die haben griechische Evangelien sich zugute führen lassen. Ja, also, ihr seht, es ist eine riesige Show. Und diese Show, die Spitze dieser Show, die merken wir heute. Woran? Eine Kirche, die X verlässt, weil sie ein paar störende Kommentare bekommt. Ich meine, der Chefe wurde ans Kreuz genagelt und hat sich beinigen lassen. Und, und, und. Aber die Kirche, also mit ein paar Kommentaren, mit dem wäre ich nicht fertig. Überdenken wir alles. Apropos, zu dem Thema habe ich ein ganz altes Video gemacht. Vielleicht interessiert euch das. Jesus fickte sich sein Hirn weg, wo ich soziologische Daten, Erkenntnisse, Muster bringe, geschichtliche Erkenntnisse, Muster bringe und wo ich versuche, Religionen von einem ganz anderen Standpunkt zu beleuchten. Habt ihr gewusst, dass wir Menschen uns gewisse Regeln ausmachen und damit wir diese Regeln im alltäglichen Leben nicht vergessen, knüpfen wir sie an materielle Symbole? Das war der Beginn des Totemismus. Und umso bewusster die Gesellschaft wurde, umso menschenähnlicher wurden die Symbole, an die wir diese fiktiven Regeln gebunden haben. Das heißt, es ging über Naturkulte, Ahnenkulte, Tiermenschgötter, Ägypten, mehrere Götter, Griechen, bis hin zum Gottesvater. Bei den abrahamatischen Religionen, ein Gott. Dabei hat man Geschichten entworfen, denn wie scheint war ja die Geschichte eine andere. Es gab hier eine Hochkultur, die wurde zerstört, eine weltumspannende Hochkultur. Und nach der Zerstörung gab es dann nur noch so Rudimente vom Wirken der Menschen. Und den einen gab man den Namen die Griechen, den anderen die Ägypter und den anderen wiederum. Und hat dann Geschichten entworfen, hat sogar ein paar tausend Jahre, ein paar hundert Jahre dazu gedichtet. Und hat, wie scheint, uns mit Religionen was ganz was anderes erzählt. Man hat uns dazu gebracht, dass wir uns noch mehr spalten. Dass wir noch mehr im Äußeren suchen. Und uns eigentlich vom Wahnkern, von der eigenen Spiritualität entfernt. Aber wir sind gut unterwegs, denn wir überdenken alles. Alles Liebe euch!